hallo und herzlich willkommen zu blackmiff wukong ja und pagode die zweite ich hasse die fliegenden schweine wirklich ich hasse sie und Untertitelung. BR 2018 Ach, da ist der Typ mit der Truhe. Was ist der Typ mit der Truhe? Was ist der Typ mit der Truhe? Ne, da komme ich ja gerade her, ne? Zeig mal kurz. Ja, sicher. Hier war auch nix. Oh Gott. Beziehungsweise haben wir alles abgestaubt. Ja, du bist der Typ mit der Truhe. Ja. 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 Okay. 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 ich werde mich ja ist rein nahmen ersten abschnitt haben wir erledigt speie flammen wo asche liegt denn der ruhm ist bald versägt der außer koriner verwandelt sich in einen ratten und greift gegner an während er heftige flammen speit die gegner mit dem brandflug belegt fokus der vor der verwandlung aufgebaut wurde kann umgewandelt werden leichte angriff holz schenkt die eisen klinge dreimal und baut mit jedem treffer fokus auf schwerer angriff feuer anfangen bei vollem fokus kann der schwere angriff gedrückt hat gehalten werden um diese fertigkeit zu entfesseln der außer koriner atmet eine brandwelle aus die die gegner vor allem kontinuierlich verbrennt je länger der außer koriner diesen angriff ausführt desto unerbittlicher werden die flammen ausweichen verschwendet keinen aufgebauten fokus zauber feuriger ausbruch r2 plus kreis entfessel diesen zauber um bei der rückverwandlung zu explodieren und flächenschaden zu verursachen ok das ist das klingt gut wird ja auch zeit dass wir endlich mal hier was neues haben klar warum nicht jetzt kann man ja du östlichen Tja. Die benutzen wir aktuell, okay, Frostrussens, ja macht ja auch Sinn, macht ja auch Sinn. Der Rattenwaisenstab, die vierte Aktion der leichten Angriffsräume und Stabwebel können einen Samtwebel erzeugen, der die Angriffsreichweite und den Schaden erhöht. Knoten, Knoten der Leere. So was gibt's hier nicht, ne? Geistkern. Könnte man eigentlich mal kaufen, ne? Kann doch hier bei dem Dude, kann ich doch, was war da noch, was ist das für ein Baum? Baumperle. Haha. Wächst auf Perlenbäumen und leuchtet prächtig, kann zur Herstellung von Medizin genutzt werden. Okay. Himmelsbirne. Goldlotus. Goldlotus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist das? 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 Oh, was ist das? Oh, was ist das? 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 Das ist kein Problem Jetzt reicht's Da war ich, oder? Ich spring jetzt nicht schon wieder da rein Nee Ich springe Oh. Hauptmann Weisenstück. Bist du einer der Hauptmänner, die ich finden soll? Sussum. Das war's für heute. Das Schöne kommt hier. 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 Okay. Einfrieren. Einfrieren funktioniert nicht. Das Schöne kommt hier. Das Schöne kommt hier. Oh. Das Schöne. Das Schöne kommt hier. Das Schöne kommt hier. Okay. Das Schöne. Oh. 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 Das ist ein Heffnacht. 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 Wo bin ich? Das ist ein Heffnacht. Nein. Fuck! Ich bin ich. Das ist ein Heffnacht. Nein. Nein. Das ist ein Heffnacht. Aber was ist ein Heffnacht. Das 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 ist ein Heffnacht.